Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu XCOM Anime Center mit Long War Season 4b. Ja, der Horrormonat Juli ist immer noch am Laufen. Wir haben so einiges, ja, was wir korrigieren müssen. Aber zumindest konnten wir in der letzten Folge unseren ersten Floater gefangen nehmen. Also, wir haben einen Floater gefangen genommen und er sitzt jetzt bei uns daheim rum und guckt ein bisschen doof. Ja, mal gucken was wir mit dem machen. Auf jeden Fall habe ich mir mal gedacht, verkaufen wir ein paar Sachen, damit wir ein bisschen an Geld rankommen. Ich weiß, man soll kein Illyrium etc. verkaufen. Aber ich brauche jetzt ein bisschen Kleingeld. Weil wir uns so ein paar Kleinigkeiten leisten können, die wir unbedingt brauchen. Und ich alter Kleinkrimerigerm, was weiß ich was. Kleinkrimerigerm, was weiß ich was. Jajaja, Protokolle gebrochen, was weiß ich. Unser Kollege, der Bradford, den kann man auch nicht alles recht machen. Wir kaufen uns hier definitiv erstmal eine Laserkanone. Und dann endlich mal eine Chemgrenade. Die wird uns die Alienjagd deutlich erleichtern. Und dann habe ich mir überlegt, hole ich mir vielleicht doch noch ein Sniper, also ein Lasersnipergewehr. Auch wenn ich ursprünglich den Exoids abnehmen wollte. Ich glaube, das lassen wir einfach mal vorerst bleiben. Und kaufen es uns einfach mal so. Geldtechnisch könnte das reichen. Na komm, tun wir nochmal so eine Powerflash weg. Wo sind meine ganzen Aliencomputer? Sechs Stück. Verkaufen wir zwei. So. Und dann kaufen wir uns nochmal ein paar Items. Wie das Lasersnipergewehr. Hm, was wollte ich denn noch? Einen weiteren Scatterlaser. Und nochmal zwei Lasergewehre. Gut, und dann können wir eigentlich weiter scannen. Sechzehn Alois für zwei Wissenschaftler. Jupp, ich brauche Wissenschaftler. Gut. Her damit. Ein neuer Soldat ist da. Wen haben wir denn bekommen? Wer ist denn unser neuer? Tatjana Petrova. Fünf HP. Zwölf Bewegungsreichweite. Neunundfünfzig Treffsicherheit. Ja, aus ihr kann auch was werden. Ich weiß nicht was, aber irgendwas wird schon aus ihr. Sowas haben wir eigentlich alles im Bau. Zwei Satelliten. Zwei Scatterlaser. Eine Laserkanone. Ein Nechem. Ein Lasersnipergewehr. Ein Scatterlaser. Und zwei Laserrifle. Gut, dann können wir eigentlich weiter scannen. Noch vier Tage bis zur Covered Operation. Und unser Krankenstand sollte sich so langsam wieder erholen. Genau. Gut. Vielleicht bekommen wir Sertog wieder in den Griff. Medium. Low. Hm, muss ich ignorieren. Kannst dir machen, was du willst. Wir haben jetzt den 22. Dann müssen wir noch ein paar Tage warten. Ah, ein weiterer Soldat ist eingetroffen. Ich habe zwei bestellt. Ernsthaft? Und Therese Burke. 3, 12, 63. Therese ist eine mittlere Katastrophe, aber hey. Nobody is perfect. Und da kommt ein Medium über Mexiko reingeflogen. Mal schauen, ob wir zumindest den Schaden machen können, den ich brauche. Einmal treffen und abbrechen. Weil Zeit haben wir ja mehr als genug bei diesen Ufo. Nicht so. Schau wenigstens, dass du ein bisschen Schaden machst. Kontakt, lost. Waren das zwei Treffer? Wie, Founding Alert. Ich habe doch noch kein Satelliten verloren. Achso, mein Personal ist vielleicht zu teuer. Das kann sein. Na komm, Captain. Wir müssen immerhin 50% Schaden machen. Das sollten wir mit zu vielen Abfängigen hinbekommen. Wir haben Satelliten zu verlieren, wäre jetzt ein bisschen kritisch. Triffst du auch mal was? Ist doch immerhin Captain. Ich glaube, das war eine Zweitreffer. Das reicht noch lange nicht. Ich habe hier immerhin noch einen Captain. Ich hätte auf Stingrace umrüsten sollen. Natürlich, das Ufo trifft deutlich besser als wir. Ach, du Schreck. Moment mal, Kurtz. Ja gut, du kannst schon mal nach Europa. Und du kannst auch nach Europa. Und du ebenfalls. Ich habe immer noch zwei Abfangjäger und ich muss da endlich jetzt mal den richtigen Schaden machen. Oh, oh, oh. Nein. 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 Oh. Wir werden trotzdem ein Satelliten verlieren, egal was ich mache. Ich brauche weitere Abfangjäger. Ich brauche Satelliten. Ja, der Monat ist eine Katastrophe. Erstmal abbrechen. Eine Stunde Zeit. Ein Satellit nach Russland. Das ist geplant. Aber nicht jetzt. Na komm schon, mach jetzt ein bisschen Schaden. Ja, diese Dinger sind einfach gut gepanzert. Ohne Stingray hast du da keine Chance. Oder Laserwaffen. Oh, oh. So, das war jetzt unsere letzte Chance. Gut, das hat gereicht. Naja, gegen dich können wir eh nichts machen. So, was schauen wir denn? Data Recovery? Gut. Ähm, was haben die UFOs hier angerichtet? Ja, Mexiko ist jetzt rot. Na ja. Äh, nicht in die Baracken. Wir gehen jetzt mal zur Data Recovery. Natürlich. Es ist bei Infamaus, er kommt mit. Galicia kommt mit. Jung Jung Lee kommt mit. Dann brauche ich meine Engineer. Da steht mir Roger zur Verfügung. Und... Samuel. Dann brauche ich einen Offizier. Oh, Sanku steht kurz vor der Beförderung. Also kommt er auch mal mit. Dann bräuchte ich einen Engineer. Habe ich da irgendjemanden, der kurz vor der Beförderung steht? Aktuell nicht. Kate. Ja. Kommst du früh eh nicht mehr zum Einsatz. Dann habe ich nur noch einen Platz frei. Könnten wir Theodor mitnehmen. Könnten Lexi mitnehmen. Könnten Carina mitnehmen. Wie wäre es mit einem Rocket hier? Hm. Bisschen Flächenschaden. Ne, komm, wir nehmen den Theodor mit. Und gut ist. Dann rüsten wir unser Team nochmal kurz aus. Scatterlaser sind noch lange nicht fertig. Schade eigentlich. Ähm, zusätzliche Munition. Flashbang ist in Ordnung. Flashbang ist in Ordnung. Vielleicht nehmen wir doch mal zumindest ein Axe Vermitt. Da ist kein Repair. Ach, Moment mal kurz. Wird überall die Rüstung vergessen, ne? Das wäre jetzt beinahe problematisch geworden. Sanku nimmt hier die letzte Rüstung mit. Autolaser, Motion Tracker. Kate. Bei dir passt dann soweit alles. Battlescanner, Flashbang. Von mir aus auch die Shotgun. So, und Theodor schleppt mal den Laser Rifle mit. Und weil es so schön ist, bekommt er noch den Illuminator. Und damit hat er eine Dressensicherheit von 99. Wenn das mal nicht einschlägt, ist es nur eine Rakete, oder? Los geht's. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen nachlässig geguckt. Ah, die Pizzakarte. Naja, nach der Mission können wir uns wenigstens ein paar Pizzas reinpfeifen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Ich wünsche, dass zumindest zwei meiner Skitterlaser fertig werden. Natürlich, Bradford. Natürlich. Wie immer. What? Ja, gut. Wenn du unbedingt meinen. Drei Runden haben wir noch Zeit. Stück für Stück. Ich muss noch warten. Vielleicht brauche ich ja noch Running Gun. Nein, von hier aus sehen wir nichts. Das ist gut. Aye, aye, Commander. Moving. Ich würde dann trotzdem gerne einen kleinen Überblick haben. Wenn es keine Umstände macht. Big Brother ist online. Ach, da stehen sie. Sind das Elite? Da hinten. Oh, jetzt sind wir plötzlich wieder secure. Noch weil mein Battlescanner drin liegt, oder wie? Oh ja, hier haben wir zwei Elite. Und das hier ist normal los. Mal gucken, wie weit sind die eigentlich weg? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wie nicht jemals schnell ist hier? Bis hierhin sind es fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn. Oh ja, das ist hier die Maximallinie. Na dann. Auf in den Kampf. So. Ich glaube, der eine Meter mehr wird ja auch nicht wehtun. Du kannst dann direkt hier hinten. Da sind sie schon. So gut. Die beiden sind jetzt auch aktiv. Nö, sind sie nicht. Gut, dann bräuchte ich jetzt mal einen Ingenieur. Hier. Hallöchen. Genau, kommt alle näher, damit wir ein bisschen Deckung weg sprengen können. Das sollte hier wahre Wunder vollbringen. Gut. Sanku, du wartest noch kurz. Kate. Hallöchen. 80%. 80%. Komm, nimm die 80%. Sehr schön. So. Wir sind da jetzt. Ja, du bist ja ein Assault. Richtig. 79%. Das stimmt ja ein bisschen Informause. Ich dachte ja, du wirst jemand anders. Geht da jetzt. Nun gut, dann einmal hier ein Kill, oder? Gut. Moment. Eins nach dem anderen. Gehen. Dann geht auch mal mit nach vorne. Und gönnt sich den hier. Naja, guter Versuch. Kannst du mal hierhin in Deckung gehen? So, und dann beginnt es also, ne? Hm. Du kommst bis hierhin. Du ebenfalls. Na dann fangen wir einfach mal klassisch an. Sind das hier vier Felder? Ach nö. Na gut, sind wir kein Rocket hier dabei. Das passt schon so. Also erst mal der hier weg. So, dann geht mir irgendjemand Freiwilliges mal in die Zone rein. Genau. Und du gehst mir dann hier hin. Doppelzeit. So, wir schauen mal, ob wir den hier ausgeschaltet bekommen. Jawohl. Das Gerät weiß auch nicht, was es machen soll. Hm. Genau, schieß doch erst mal auf den hier. Bevor er auf dumme Gedanken kommt. Und du gehst mir mal hier rüber. So, jetzt gucken wir mal, was wir da treiben. Ach, die wollen natürlich alle zu uns, oder? Na, die Hälfte von ihnen lädt ich schon mal nach. Ach, du willst in die Zone. Gut. Und du lädst auch nach. Warum nicht? Gut, da könnten wir uns mal überlegen, hier vielleicht eine Gefangennahme in Aussicht zu nehmen. Ach nö, noch mehr von denen. Jesus, Jesus, na. Weißt du was, du gehst mal hier rüber. Gut. Machen wir es halt eben so. Schauen, ob du den Elite-Typen hier tötest. Ja, doch. Naja, halb so wild. Bye, bye. Stimmt ja, du hast ja Hit and Run. Fast vergessen, ich das hab. da kannst du eigentlich noch einen abschießen. Hm. Den oder den? Probier's mal mit dem hier. Wunderbar. Ich glaub, die drei da hinten haben noch nicht nachgeladen, oder? Der ist disabled. Genau, frisch gespawnte müssen erstmal alle nachladen. Das verschafft mir daher ein bisschen Zeit. Aber der hat nachgeladen, genau. Der hat nicht nachgeladen. Nein. Der auch nicht. Und der auch nicht. Aber die konnten ja trotzdem... Nein, ich hab auf den falschen geschossen. Warum drücke ich den Leer-Taste? Hm. Das ist schlecht. muss ich jetzt extra wegen einem Hanseln anfangen, wie soll ich sagen, zu hacken. Wegen einem einzelnen. Als ob sich das lohnen würde. Ja, vielleicht haben wir auch Glück und der rennt in die Zone rein. Oder ich benutze jetzt mal mein Command. Genau. So, Infomauser, machst du ihn bitte platt für mich? Dankeschön. So, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht hacken. Alles kein Problem. Sollte mich da vielleicht auch nicht zu weit weg entfernen. Ne, lad nach. Ist besser. da nur die drei aktiv sind, genau, brauche ich nicht hacken. Aber du solltest hier auch nicht einfach so rumstehen. Frel höchstwahrscheinlich ein bisschen ungesund. Motion Tracker fragen? Das sagt mir nichts. Ich glaube, den Overwatch hätte ich mir auch sparen können. Ja, du bist ja mutig, rennst mitten in den Close Combat Spezialisten rein. Ach, schade, dass du kein Elite bist. Ach, nö. Das habe ich befürchtet, aber zwei Schaden gehen klar. Ist ja noch nicht einmal in der Rüstung. mehrere Hostile in der Strik 1. Fehlreinforzungen in in der Rüstung. Hm. Oh, guter Schuss. So. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Du kümmerst dich um den hier. Ja, gut, das war keine Flankierung, fällt mir gerade auf. Aber das hier ist eine Flankierung. Genau. Und jetzt zeige ich dir nochmal eine Flankierung. Hier. Wird denn run? Laden wir mal nach. Hm, probier's. 79 Prozent, warum denn nicht? Das stört er ja eh nur. So. Dann zeig du mir mal hit and run. Irgendwoment mal kurz. Ach, der da hinten. Gut. Wenn wir schon dabei sind, noch den. Und jemand müsste sich mal dringend um den hier kümmern. 56 Prozent nur, reicht das? Jawoll. Gut gemacht. Guter Mann. So, und damit haben wir aktuell nix aktiv. Sehr schön. Hm. Zieh dich ein bisschen zurück. Samuel. Ich weiß, dass die gerne mal auf dem Dach spawnen, oder? Dementsprechend könnten wir einfach mal aufs Dach gehen. Beziehungsweise aufs Dach. Da stehen wir zumindest gut. Dann hab ich noch ein Zug, den nutze ich hier zum Nachladen. Nun ja. zum Glück keine Verletzung hier. Du kannst mir mal hier nachladen. Gut. Sanko kann mal hier nachladen. Ich find's schön, wenn die mir einfach mal eine Runde zum Nachladen Zeit lassen. Du kannst auch mal nachladen. Hm. Naja, still dich mal. Was weiß ich, hier hin. Gut. Gut. Ah, da kommt ein Elite. Da kommt auch ein Elite. Oh, den könnten wir gefangen nehmen, eventuell. Das ist nur ein normaler. Ach, komm schon. Ich hab doch gesagt, du sollst ihn gefangen nehmen, nicht abknallen. Hm. Moment mal, wir bleiben da aber auch ein bisschen auf Abstand. Nicht, dass der Close Combat Spezialist oder sowas hat. Entsagt mir mal erstmal seine Deckung. Sicher ist er, bekanntlich sicher. Da könnte ich ihn notfalls von hinten auch von der anderen Seite attackieren. Naja, ich hätte mir die Granate sparen können. Genau. Einer aktiv, und das ist der da hinten. Und an dem hab ich kein Interesse. Theodor, mach einfach mal Platz. Gut. Bye, bye. So. Dann schauen wir mal. Nachladen muss aktuell keiner, gut. Hallöchen. Hat der ein Pech. Oh, der hat auch Pech, wie es aussieht. Direkt hundertprozentig ins Genick. Ja. Sehr schön. Die Frage ist, kommt jetzt noch irgendwie ein Elite? Sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus. Das sind ja jetzt ein bisschen viele, oder? Moment, dann gönnen wir uns hier einmal Hit and Run. und dann gönnen wir uns noch den da drüben. Wie viele Kills brauchen wir eigentlich noch? Zur Beförderung. Eine ganze Menge. Ich glaube, es bringt aktuell nichts zu gucken, wie er noch die ganzen Kills zur Beförderung braucht, oder? Weil Kate wird bereits befördert. Dann Roger ist es interessant. Nein, ist es nicht. Theodor braucht auch noch eine ganze Stange voll. Sarn wird bereits befördert. Und Info Mauser braucht auch noch eine ganze Menge. Na gut, dann Feuer frei. So. Wieder den. Nehmt ihr den hier. Und sieh vollkommen daneben. Habe ich hier zweimal 100%? Aber einmal reicht ja auch. mit einem Run. Roger geht einfach mal näher ran. Und schießt ihm zwischen die Augen. Ich sag dir zwischen die Augen. Oh, Samuel. Naja, bei dir wird das auch nichts. Na komm, Theodor. Beende es mal kurz. Commander. Der Transmitter hat sich gebraucht und wir nehmen keine andere Exalt-Force, die in die Region bewegen. Ein anderer Job gut gemacht. Danke, Bradford. Danke, Bradford. Hast du fein gemacht, Bradford. Ich bin stolz auf dich, Bradford. So, dann möchte ich jetzt eigentlich nur noch meine Belohnung haben. Und dann mal schauen. Ja. Wobei, ich überlege gerade. Das Ketterlaser, der packt doch nicht ganz so viel Munition, oder? Oh, Double-Tap. Kommen wir neben Double-Tap, dann können wir zwei Ziele gleichzeitig angreifen. Und Kate bekommt von mir Deadeye oder Ranger. Nimm Deadeye. Bei Ranger ja auch ganz cool ist. Genauso wie Low-Profile. 270 Coten, wunderbar. ATAL-Decryption completed. Recalculating possible Exalt-Facility-Locations. So, dann baue ich hier mal noch ins Satellite abblinken. 200 Coten sind instant weg. So. Wie viele Satelliten haben wir aktuell? Einen. Einen haben wir auf Halde. In sieben Tagen sind zwei weitere Satelliten fertig. Nope, das schaffen wir bis zum Monatsende leider nicht mehr. Aber ich würde erstmal sagen, meine Freunde, das war's von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.